k herrhoff oder und herzen willkommen zurück zu einer weiteren folge umgekehrt aus abhängig von der drei jahre wir können jetzt den wind eine letzte folge sind haben wir den alle abgestoßen und ja und jetzt mal hier ein bisschen dürfen kämpfen denn da hinten schutzbucker gehen hier mal schnell machen wir haben auch in der letzten folgenden vorletzten folge haben wir exos zu gewohnt dachte er dass man den den so dauerhaft nicht aber der muss die anzeige umgelegt werden jetzt wollen uns erstmal darum kümmern das war den Bunker jeden freischalten hier und ein paar Dinge dazu aber wenn es mal kann mir ja mal die alle in diesem Blick Prozent 3 wenn ihr hier alle 2 als Prozent in der letzten Folge hat man sein in der schönen Katzen gesehen das ist viel schöner wäre oder erst mal wieder Ruhr da oben sind noch welche ja ne ist er geschlossen verschlossen ist aber ja keiner mehr und vielleicht genau und ich hab die schöne für euch und weg ist er ja so Alt-Town Notbunker perfekt hier liegen aber noch ein paar Tote rum sollte da vielleicht mal so entsorgen ach so jetzt geht das ja wieder los so wir kleiden uns erstmal schnell um heute Mr. Bison Outfit da fütter sich nämlich ganz stark der gute Frank weg schauen wir doch mal es ist hart aber ich habe meine Quellen Kleidungskäufer Magnum Schnurrbart nämlich man kann nie vorsichtig genug sein ja Drucker Schnurrbart nämlich auch ja kann man was mit anfangen das haben wir ja das haben wir ja das haben wir ja das haben wir ja durchs CSC gekriegt Uh, tätowiert dann müssen wir auch unter Schlupf Level 4 erstmal hinkriegen Ok, er hat erstmal hey, immerhin lebend nachrichtig Ah, der verkauft hier wieder fast dasselbe wie die anderen ich Basisfahrzeuge K gleich nur Komi-Fahrzeuge Basis wie gut bis bald mein Freund hoffentlich äh auch der Händler da hier du willst du überleben oder? ja alles was du brauchst ah, Unterschlupf Level 3 für Trainings- und Buch und auch hier nehmen wir alle dinger mit ich helfe immer gern dafür müssen wir auf stufe 3 wie hat man eine nahrungshändler so kleidungshändler fahrzeughändler und ist hier drin der waffenhändler oder war jetzt ist aber so eine schwierige leiche den waffenhändler hiebs die scheinbar nicht halt wieder öffnen für geld alle hier steht da beile schlagringe messer ihre oder irre ihren besiegen da wird ja mal hier diese schöne sense trocken job hey alles gute perfekt wenn wir uns jetzt mal auf weg zu paula machen alles wird durchsucht baseball basketball wo wir haben vier punkte die kümel doch wohl verteilt ich bin ich gerade ein paar Punkte die kümel doch wohl verteilt geld dahin da jetzt schon mal so viel das wird ich extrem leute aber wir werden uns wahrscheinlich 3 4 folgen wenn wir uns noch mal in da in dem da in dem da in dem da im markt krexos dingels gedöns rein stürzen und die restlichen sachen alle holen da sind im panikraum dort ist nebenbei ja nichts die waren alle gleich für mit der security-karte bekommen auch in der panikräume die wir erfunden hatten ich wollte auch die fähigkeiten Fall 2 Inversionen auf der Main Street in der ... für die bauzeit von Kommitteln so wyndr hit die und das ist die 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 Kümmer heute nehmen wir können um drei Plätze erhöhen nicht schlecht was man mit wir beim durchsuchen nun steht die Chance ausgewöhnliche Gegenstände oder mehr Schrott zu finden immer hier so unten wir einigen uns schon das weg hier draußen so auch im Schnellverfahren und nebenbei guck mal dass wir noch ein paar Blaupausen mitnehmen hier so hoch der Karte sehe warum Comics lesen wenn ich selbst dann so vor allem hier hat da gerade er was anderes freigelassen. Oh, riesiges Schwert. Oh, geil. Nein, Frank. Auch wenn es verlochend ist. Oh. Wir wollten eigentlich nichts, aber... Morrie. Das dürfte interessant werden. Uh. Schick, schick. Ah, so, Elektroport. Ah, jetzt verstehe ich. Die müssen wir definitiv mal später hin... Direxmaske. Ah, kann ihr den Kopf kloppen. Totschlag. Das sieht sogar recht interessant aus. Uh. Das ist natürlich wirklich interessant, ja. So, tippma. Da hinten die Pfeile. Düsen wir mal schnell hin. Weißt du, wenn wir von hier aus da hinkommen? Das sieht mir auch nicht daraus. Durch die Menge. Heilige Mutter. Foupa, foupa. Ausgleicher. Guck mal nochmal. Guck mal nochmal. Das sieht doch mal schön aus. Irgendwo müsste hier... Ach. Die Leine. Ach. Ach. dahinter. Die Zeitung. Ripper von Old Town. Ja, ja. Ich hab nur irgendwelche... Heimsachen. Ah, da ist es safe. Ah, da ist es safe. Bloß für eine Pistole. Naja. Die Leine. Als ob die über die Sandsäcke nicht rüberkommen sollen vor allem. Ja. Aber bloß schnell die Dinge, Frank. Irgendwo da drinnen. Da muss ja was denn sein. Heißt, ich müsste irgendwo... ...von oben rankommen. Oh, wir sind nämlich völlig falsch. Wir müssen ja irgendwo da unten rein gehen. Oder? Sag ja, wir müssen irgendwo da unten. Wir sind hier oben eigentlich völlig falsch. Da kommt wieder mein Suchertrieb. Umher. Laubgebläse, nö. Lasst mir in Ruhe. Nö, nix von euch. Wir Spackos. Hm. vielleicht irgendwo im dach oder so in den hinterhof durch die menge oder das unterscheidet nix drin irgendwie muss man wahrscheinlich über die tonne so komme ich daran das ding wird mir oben auf dem dach liegen so wie dieses kaputte auto gut warum nicht für ein exakt oder militär wie wäre es mit einem wahlschild achtung zu schwer zum einheben ich habe ich mir jetzt erschrocken läuft darauf wird da eine stimme gemacht wiesli nein ich hätte gern hallo ich will nicht das bier ich will sollte kein problem sei schwer das ist der stück stoff und mal guckt torsener donner blanca maske und elektro für sie ein stück stoff und messer noch mal die halbade kaputt kochmesser vielleicht damit nicht jetzt aber eisschmer nennt mich Mr. Alisköller das ist cool oh wir haben wir wieder Apartmenthaus so jetzt nochmal das müsste fugen ah gut mach ich mir mal am besten breitwert oh ho 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 auf jeden fall freundchen auf jeden fall ah hier haben wir gehört bingo extrem sicher panikraum gefunden sehr so fallen weihnachtsmann ok was ist denn will ich mir was mein breitwert das schrumpelte nehmen wir gerne mit aber ansonsten ein stückter die schweißen die pistole weg und was ist hier noch oder die sind nur wegen der Tür dran ne wahrscheinlich nur wegen der Tür schweißen oder schweißen oder schweißen oder schweißen ansonsten haben wir ja das karte guckt dann wärmol da auch wenn man hier das appartement haus da hinten auf der ecke also wie irgendwo hier drin erstmal ab aufs dach mit in der nähe ich will erst mal hier in der braucht man hier so ein radar jungs platz platz wir wollen jetzt in der story weiter kommen aber irgendwie wird das nix ich will mein hamburger ja ihr dreckigen zombies ich hab da schon reihe gedrückt verschwinde nein ja 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 hier drin ist so neuer hier ist aber drin weg genutzt ist der tag den letzten mal ja nicht untersucht ja das ist dann wie haben eigentlich zum werfen halt die mummeln hier die können weg das ist die kästen immer mit sie so viel fallen lassen eigentlich wollten wir ja das heißt wenn ich jetzt hier machen schlachen dadurch ging das ist sicher nicht das wetz wenn der tür vertauern wenn dann war da drinnen der volk scheiteln selbstmord Pauviermesser Grillporkjob Noch ein Grillhähnchen Nachtischlampe Kläger Klamotten wieder wechseln Keep it out Joa Mauner Mauner aber nicht desto trotz Finiq wohl doch die müssen bald mal sein wahrscheinlich halt in Tiefsicht da aber das wartet immer noch nicht auch sei doch mal ruhig oh das muss ich doch hier mal sehen hmm hmm Lohr und Legende sind das wiederum der Sammler beckte wie war das jetzt haben bei dem Punkt haben wir noch den können wir ja mal aber auch ja auch wo wir haben ja hier das ist natürlich gut ja ganz schön 8 Kümmer so von 30 Uhr dann da haben wir die Däsen der Zerlungsdienst ein neuer Mensch entsteht Trophäe hat gerade gut ach auf dem Klo Rippa auf Ort an ja meine Freunde so wir stellen uns jetzt einfach mal hier oben hin und halt noch Wichtigkeitspunkt den wir uns noch schnell geben werden ok dann können wir gleich den anderen hier machen ein Niederwurf hatte ich bisher noch nicht deswegen brauche ich den auch nicht so wirklich hier geben wir uns so aber noch mal das war mal die Beule wir sehen in der nächsten Folge von Dead Rising 4 wieder ich hoffe er hatte Spaß wenn ja das gerne werden da und verpasst auf keinen Fall diese Folge bis dahin gehabt euch wohl und Ciao